jetzt kommen wir kurz zu diesem thema sascha warum nimmst du ein basketballkorb der so tief ist so bereite ich mich vor für den diskopfplatz denn dort ist ja auch der diskopfkorb tief ja und so erlerne ich will ich mein basketball korb nehmen und stellen immer dahin oder dahin oder dahin so lerne ich auf verschiedene reichweiten zu werfen ja das hier ist eine riesen aktion ja die überhaupt so weit zu werfen aber es ist möglich im stand so weit zu kommen ja da muss man nur von anfang an lernen und lernen und weiterhin lernen im stand zu werfen und bei jedem treffer ja immer weiter nach hinten und so gewöhnt sich der körper im stand ja das weite werfen ganz einfache kiste geh rein da rein da meine güte primitus s2 monday monday MONEY! MONEY!